Musik Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, warum alle in diesem Jacuzzi schlafen. Ah, herrlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer braucht denn hier noch Fähigkeiten? Caroline, insgesamt zwei Stunden Joggen gehen. Du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Zehn Stunden beim Training verbringen. Wie soll ich die denn zwei Stunden Joggen schicken? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Vor allem zwei Stunden wird die dafür nicht brauchen. Klick auf einen bestimmten Sim. Achso, warte mal. Kann ich denn... Ja, im Bikini kann man machen, ne? Bleib mal stehen. Joggen gehen. Auf geht's. Mh-hmm, mh-hmm. Daniel, Mensch, komm doch einfach rein. Halt! Im vollen Fall ein Follower-Alarm. Achso, 25 Follower-Alarm. Mir fällt gerade was Erschreckendes ein. Alter Schwede, wo ist Lena? Lena, du musst dein Spiel noch zu Ende machen. Genau. Freelance. Weiter Videospiel programmieren. Das hätten wir fast verkackt. Das kommt davon, wenn man immer eine Pause nach einer Viertelstunde macht und die dann nicht fertig sind. Hm, was geht denn bei denen ab? So, machen wir fertig. Bei drei Verabredungen Gold verdienen, okay? Warst du nicht schon weiter? Oh je, jetzt fühlt sie sich unwohl. Hm. Machen wir fertig. Komm, geht das dir nicht schneller, Lena? Träumt von starken Männern. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist mit einer Frau zusammen. Ja, wer will denn was, Mann? Ja, Gina, natürlich darfst du kommen. Logisch. Also, irgendwie hatte ich das Gefühl, du wärst schon weiter gewesen damit. Ich kann mir das gerade nicht so erklären, warum du so rückläufig bist damit. Ich weiß noch nicht genau, wann du abliefern musst. Ich weiß noch nicht, wie du so rückläufig bist. 196 hat er mir nach Hause gemacht. Na, Mensch. Tolle Arbeit geleistet. Ein Urlaubstag hat er verdient. Naja. Wir werden jetzt mal Lena hier beobachten, dass die ihren Krempel hier fertig macht. Wie sieht es denn kalendertechnisch aus? Naja, Annes Geburtstag kommt näher, ne? Oh oh! Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Oh oh! Karolin ist schwanger. Wo ist die überhaupt? Eieieieiei! Und Sammy ist der Papa. Wo ist denn Karo? Wo auch wohl sonst. Ach ne, doch nicht. Aber dieser Jacuzzi muss unheimlich entspannt sein. Entspannend sein, damit man, so dass man da ständig drin schläft. Alex, rote Lampen. Du guck dir, da ist so eine richtige Puffbeleuchtung da. Junge, 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 Junge. Die sind aber in der Dingens. Wo ist denn Karolin? Im Bett, ja. Aber in welchem? Die ist nicht mit im Jacuzzi. In dem Bett ist keiner. Okay, zweite Etage. Da kann man runter gucken. Das ist... Alles klar. Ach, da pennt die. Ah! Schön, oder? Ein schönes, warmes Licht, finde ich. Hier haben wir alles grün. Ist auch okay. Oha! Das hat ja... beim ersten Mal funktioniert. Also richtig schöne Lichtstimmung hier in dem Haus, finde ich. beschämt, weil... Verletzung der Privatwelt. Du hast gesehen, was du niemals sehen sollst. Wer ich... oder wer? ist... Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Tut mir leid. So, mach mal fertig, dann kannst du nämlich ins Bett. Und ich auch. So sieht es nämlich aus. Lied zu mögen. Ja, Maxi, Winterzaubermusik, natürlich. Und ich... Natürlich. Hmm, ich... Ich bin INGAP- Ich bin... Ich bin... Ich bin... Acht Freunde oder Freundinnen gehabt zu haben. Okay. Sie ist fertig. 7998. Jetzt geht es in den Jacuzzi. Und wetten die Penta ein? Möchte ich doch fast für wetten. Jeder schläft in diesem Jacuzzi. Schnell unten, du. Ich habe keinen Jacuzzi. Ich werde gleich in mein Bett gehen und schlafen. So sieht das aus. Ich finde das echt amüsant. Oh oh. Frau Mama ist glaube ich nicht so entzückt davon, dass ihr Sohn Papa wird. Hier ist was kaputt. Verbessern. So. Der kann mal noch was tun heute. Level 3 Fitnessfähigkeit und Level 3 Charisma. Gut, die beiden Level 4 kommt da gar nicht hin, glaube ich. Levelaufstieg. Wir haben gerade von gesprochen, dass er da was braucht. Guck mal, jetzt braucht er nämlich nur noch eine mit Level 4. Familienzuwachs wegen Schwangerschaft. Sammy und sein Partner werden ein Kind bekommen. So viel Verantwortung. Was? Verantwortung, die hinzukommen. Aber sie kriegen das schon irgendwie hin. Vor 3 Stunden. Konzentriert, glücklich. Was ist mit ihr? Sie schläft. Anne kocht. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir beenden das dann hier heute für diese Folge. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Und sehen dann, wie es hier weiter läuft. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich über ein Däumchen und ein Abo. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.